Euro. Irre, ne? Und man darf es bis zu fünfmal bestellen. Genial. Ich weiß aber nicht, wie wir das machen. Wirklich? Unglaublich. Jetzt hatten wir Technik, wir hatten Küche, wir hatten Spielzeug. Vielen Dank, Diana. Wer glaubt nicht, was wir machen? Nicht euer Ernst. Für 10 Euro? 10 Euro? Ein Akku-Handmassagegerät. Oh, ich dachte, mein Highlight wäre hier schon dabei gewesen, aber... So viele Highlights heute, ne? Das muss ich doch nochmal korrigieren. Ein Akku-Handmassagegerät mit vier verschiedenen Aufsätzen. Und dann können Sie sich mal schön selber massieren. Dreieinhalb Stunden lang Akkulaufzeit haben Sie hier. Fußmassage ist möglich. Genauso wie mal die Schultern massieren, den Nacken massieren, die Beine, nachdem Sie ein bisschen sportlich aktiv waren, die Arme, der Bauch. Also alles ist möglich mit diesen vier Aufsätzen. Wir haben nämlich den Kugelaufsatz mit dabei, den Diana gerade benutzt. Wir haben einen pilzförmigen Aufsatz dabei, der dann ideal ist, auch gerade mal an die Handinnenfläche gehen. Wie angenehm das auch da sein kann, so eine Massage. Und dieser U-förmige Aufsatz, den wir zuletzt gesehen haben, der ist für die Akku-Punktur-Punkte. Übrigens jetzt, ich war in München bei meiner Schwester und sie und ihrem Mann, sie machen Sport professionell. Und ich habe bei Ihnen diesen Massagegerät gefunden. Natürlich nicht diesen. Und ich habe ja gefragt, was hast du bezahlt? 160 Euro haben sie in der Hand. Liegt super in der Hand, das stimmt. Und du hast diese tolle Intensität, du hast eine wahnsinns Akkulaufzeit, auch mal zur Partner-Massage. Das ist sehr angenehm. Zeig mal, ich weiß nicht, wie geht das Partner-Massage. Du hast ja dein eigenes Massage. Die ist sehr leise natürlich auch. Nein, ich möchte die Partner-Massage zeigen. Also, Sie kennen das vielleicht auch. Ich möchte gerne eine Massage. Und dann nach spätestens drei, vier Minuten ist man dann irgendwann müde. Das ist ja drei Minuten, eine Minute Maximum. Trifft vielleicht auch nicht die richtigen Punkte alle. Mit so einer Massage-Pistole ist das natürlich super. Hier kann man sich selber verwöhnen oder eben mal vom Partner verwöhnen lassen. Und du hast es richtig gesagt, da ist auch richtig Kraft dahinter. Man kann das noch einstellen in sechs Intensitätsstufen. Und der Akku hält ewig hier. Dreieinhalb Stunden steht dabei. Eine Tasche kriegst du auch noch dazu. Zehn Euro ist der Wahnsinn. Und es ist kein Preis-Alarm. Und das ist mobil. Du kannst das immer mitnehmen. Und ich muss sagen, wenn du zum Massagesalon gehst, du zahlst 60, 50 Euro pro Stunde. Und da fasst dich jemand an, den du nicht kennst. Hier kannst du den ganzen Tag genießen. Immer, wenn du willst. Zum Beispiel auch, du kannst auch mitnehmen unterwegs, weil sie haben Rückenprobleme, können sie auch sich selbst massieren. Super Gerät, klein, kompakt. Und natürlich kostet nur 10 Euro. Und das ist gar kein Preis-Alarm. Das bedeutet, sie können für sich selbst kaufen. Und natürlich auch als Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Ich finde das wirklich toll. Angenehm. ZX 63.